Hallo, ich bin der Jörg und ich erkläre euch heute, was ein Arbeitspaket ist. Ein Arbeitspaket ist das kleinste Element vom Projektstrukturplan. Hier werden dann die Arbeitspakete gesammelt und sortiert. Und in dem Arbeitspaket ist drinnen, welche Arbeit ist zu erbringen, von wem, also von welcher Ressource ist die Arbeit zu erbringen, die Dauer, wie lange es dauert, die Arbeit auszuführen und die Verantwortlichkeiten für das Arbeitspaket. Vielen Dank, abonnieren nicht vergessen, schaut rein, bis bald, euer Jörg, ciao, ciao.